Hallo, wir kommen zurück bei Let's Fail mit Maru in Dark Souls. Ich bin Maru, Failer in Dark Souls. Aber wir werden jetzt für unsere Städtchen upgraden. Gucken wir, die wir brauchen, dann machen wir ein paar Sehle rein. Wo hast du ihn? Äh, Waffen gestärken? Mein krumm Säbel. Oh, ich muss vor uns sehen. Ich will da keine Ritterseele für verwenden. So, ich glaube, die ist für 100 wert. Waut 1000. 800, gut. Well, ich... Ich brauche zwei große Scherben. Na gut. Aber er müsste jetzt... ...eine Ausgeschnitte gucken, oder was? Ach, der 136,59. 150. Puh. Okay. Diesmal nicht so zählen wie letztes Mal. ...und dann sind wir noch vorbei. Okay, wir sind jetzt zurück. Hey, einer ist tot. Hey, einer ist tot. Hi. Komm, ich kann einfach weg, hier. Weg da mit. Oh, den ganzen Weg noch mal laufen, weil wir da keine Brunnen haben. Oh, da unten ist ja so ein Titanit-Dämon. Oh. Okay. Ah, Kopfschuss jetzt machen und nur zielen. Oh. Was überlebt? Ne. Hm. Ah. Na, ist er runtergefallen. Da hat er ja keine Lightning Abwehr. Oh, ja. Den schießen wir von unten runter. Ah, hier trifft er mich nicht. Der Zeck. Ich muss schon Kopfschüsse machen. Ah, langweilig. Und jetzt die Kugel und jetzt kommen wir durchlaufen. Ah. Ah. Okay. Das gleiche passiert wie dem anderen Typen. Naja, das war jetzt nicht mit unseren Seelen. Weniger Druck. Yay. Jetzt hätte ich gerne halt richtige Zauberei gehabt. Gerade gegen den. Weil mein Fernkampfschaden ist einfach für den Arsch. Mein Schild blockt keine Magie. Nicht wirklich. Jaja. Oh, okay. 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 Wirkampf haben nicht wirklich. Und die Bedeutung haben nicht einen Weg. Und zack, und weg. Okay, wie kriegen wir den weg? Wir müssen nicht von hier beschießen, wie wir eben auch gemacht haben, damit er runterfällt. vågen. Jetzt kommt es andet. ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der ist nervig Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe ja noch genug Pfeile. Die du oben nervst. Bump. Bump. Ich habe ja noch eine andere. Oh, das ist ein Pflashier zu haben. Wir blocken. Ich bin ein Entschwanz auf dem Gesicht. Au. Ich bin nicht immer weg. 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 Oh, Dungeon, Dungeon, Dungeon Oh, ich stehe hier hochkraxeln Ich hätte so gerne Fernkraftmagie oder sowas Dass ich hier in irgendeinem Schnitt hab Oh, die Obst ist ein bisschen leicht die wir mitnehmen können Schleuzer Krieger Oh, ein bisschen ne Wand Nein Kein Wenden hier trauen in dem Spiel Das hab ich auch schon gelernt Keiner Wand und keiner Kiste Oh Ey Oh Hey Liga hin Oh, Mann. Den Raum facken. Okay, okay. Nur weil es das Toilet mir zufällt, ne? Du bist echt. Du bist echt. Du bist auch echt. Du bist echt. Du bist echt. Du bist. Wir werden mal ein paar Bude nehmen. Wir werden immer überleben. dann hier oben lassen wir stehen mal weiter weil jetzt wollen wir den und eine schießt schon dann kommen wir im weg hier und dann bin ich gut Das ist ein Mörderraum, einen Versuch gebe ich mir noch. Oh, okay. Das verstechen, du Sau. Hm. Ich kriege immer wieder so viel einfacher hier. Vielleicht für mich das Spiel auf jeden Fall nochmal durchspielen, als Magier und einmal als Gloroman-Erwichtiger. Jetzt haben wir den Versuch, den realistischen Kampf da unten zu schaffen. Okay. Und dann? Sensor. Oh. 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 Ah, ein Glück. Ah, ein Glück. Und das? Au. Man kann auf jeden Fall nicht gerade weiter schlagen außer so. Nur noch hinter ihm bleiben. Hat er noch diesen fiesen Move drauf? Doch, sonst ist er Wunder und Wohren jetzt nicht so ganz fertig sein, den ich verpeilst, um ihn damit aufzupassen zu können. Puh. Ich hätte schon was wir gegen unsere Freunde hier oben tun können. Erstmal nix von der Idee her, ne? Sind wir safe? Ja. Ja. Komm mal schön um die Ecke, Mr. Ich bin jetzt da noch dran, dass du herkommst. Na komm. Na komm. Na komm. Du musst mich doch erreichen. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Gut, 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 gut. Komm her, Kleiner. Oh, hier reißen wir Au Der ist eine größere Variante von hinten Der ist ja aus Komm, her wieder Komm, wieder ran Ich weiß, dass ich die Wand durchhauen Ah Wir sagen, wir holen unsere Seelen und dann verpissen wir uns mal da unten wieder Aber das ist eine nächste Folge Dann werde ich gleich nochmal weiterkommen als Ich rufe mit an die Burg Bis dahin, tschüss Bis dahin, tschüss Bis dahin, tschüss Bis dahin, tschüss Eно generating